Kurzer Einkauf auf dem Palat, auf dem Markt. Was kaufst du heute? Gehacktes. Nur ein kleiner Einkauf, den Rest haben wir zu Hause. Das Kapau pflückt oder schneidet hier. Und ob Kapau nun Gemüse oder ein Gewürz ist, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es heute Pat Kapau Mu. Ein sehr beliebtes Gericht bei den Thais. Das Ganze wird jetzt noch klein gerupft. Nur die Plätzchen werden benötigt. Riecht gut, mein Kai. Wäre auch gesund. Ich weiß mal wieder nichts und lass mal das so mal im Raum stehen. Ihr seht, das wird nicht benötigt. Und das kommt ins Essen rein. Ich darf den Hand langer machen. Und den Abfall entsorgen. Ab in die Küche. Das Ganze wird gewaschen. Und wir haben mal wieder keinen Wasserdruck. Kommt öfter vor hier an der Ecke. Mal wieder keine Ahnung, was Kai da vor sich hin bobbelt. Das kommt mit dem Stöpfchen. Zwischendurch wird gespielt. Da kommt Pick hinein. Und letzter Stampf. Das Gute soll gut scharf werden. Ich esse in letzter Zeit weniger scharf. Wegen meinem Magen und Darm. So sieht das ganze Verstoßen aus. Das gehackte. Etwas Fett heute. Die Pfanne wird vorbereitet. Das kann ich nie verstehen. Eine Teflonpfanne. Und da mit dem Metalllöffel rein. Etwas Öl in die Pfanne. Nicht neu. Das Pick. Also das Chili kommt in die Pfanne. Sorte Nummer 9. Irgend so eine Soße. Ich kann euch demnächst mal einen Schnitzel braten. Mit dem Thai-Essen kenne ich mich absolut nicht aus. Nach einer anderen Soße. Zucker. Nur ein wenig. Kalmar ist bekanntlich ja nicht süß. Riecht schon sehr gut. Schuhlot. 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 Kass. Schuhlot. Alloy. Und Heibat. Schuhlot. Ja. Weil ich auch wieder Milchwatte isst. Mh. Bunt. Alles umrühren. Der Rest ist zwar später mein Goi. Ja, da kaut sie sich dann in so eine Mama-Suppe rein. Das Ganze bruschelt jetzt vor sich hin. Es ist schon schön. Es ist richtig. Es ist toll, es Chocolate. Naja, sie machen, sie habe ich in der Geheu. Es ist interessant. Sie müssen sich wiederholfen. Das ist, was Sie? Ja, das ist das schon. Ich habe eine Menge, eine Menge, Wetter zum Ablösen Der Kaffbau kommt rein Komischerweise wenn dieses Kaffbau zubereitet wird Niesmann oder Hustetmann Treibt einem Migräne in die Augen Der Kaffbau kommt rein Ja Leute, falls ihr auf unsere Jungen kommt Dürft ihr das gleich einmal zu euch kochen Schick, schick, na Oh, alloy, gut Alloy, mach mal Lars war jedenfalls begeistert von diesem Kaffbau Lars mag das sehr, meinte Koi Es geht an den gemütlichen Teil, das Essen Guten Appetit, probieren wir das langsam mal Ein Lob an die Kirschen Mmh Alloy 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 Wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet Schreibt es mir bitte in die Kommentare Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal Bewertet sie positiv Bleibt mir alle miteinander gesund Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen